Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Together Team Fortress 2 auf einer Minecraft Map Mit mir ist der Powershark und der Neverchecker, also Jeffron, Tim und Daniel, der ist der Muffin Ralf Nein, ich bin nicht Der Server, der Server lagts feier übelst, ne? Und siehst du, was ich gerade geschrieben hab? Nein, was denn? Press all the fear for all items Ach, du bist du nicht, du bist doch eigentlich schon witzig Äh, ne, Jeffron nicht, weil du da nicht runter kannst, wo wir es immer gemacht haben Ach so Dann mach ich den Server weg Mein Gott, Alter Und ich nehme auch mal einen Snipper Ach so Gesundheit Ich habe mich gerade mit euch, ich habe einen Platz genau frei Ist doch gut Da hast du den Powershark Der dicke Heavy da, den ich als Snipern werde Oh, ach so, bist du, ah ja, bist du im Gegner-Team, ne? In welchem Team bist du, Flo? Rot Jetzt war noch ein Cut frei Ja, komm, rot, komm, rot, komm, rot So, ich weiß, ich weiß, was da ist Du Heavy und ich nehme Magic Okay, ich nehme Heavy, du nimmst Magic Oh, Tim, du bist ein Sniper Ich bin jetzt erstmal Sniper Ja, ich will dich auch Oh, hier ist mal alles abgefallen? Mein Gott, blöde Scheibe Auf jeden Mann, was ist das, weil ich jetzt nur noch war, ich bin Leechter und Skopen Ich bin Leechter und Skopen Ich bin Leechter und Skopen, wenn hier immer so lang ist Ich bin Leechter und Skopen, wenn hier immer so lang ist Ich bin Leechter und ich bin einfach in der Garage rum Mach ich das? Ach, verdammt! Da ist ein Pioner und Skopen da Ach, verdammt! Äh, in Canada, geh doch mal Kreekskopen Was ist das? Kreekskopen Was ist das? Was ist das? Also nicht was? Was ist das Leechter und Skop? Nein, Leute, ich habe in meiner Favoriten so eine ganz kranke Mäbze So, ich habe in meiner Favoriten so eine ganz kranke Mäbze Ey, danke, Daniel! Da gehen wir jetzt aber nicht hin Da kann man ja noch später reden, wenn ich mir gut wüsste Oh, meine geilen Kopfschunde Vielleicht Daniel, es war vielleicht nicht so eine gute Idee, den No-Skopen Kann das richtig gut Na, ich kann eigentlich auch gut No-Skopen, nur gegen den Heavy, ne? Mann! Das habe ich mal... Das habe ich mal... Das habe ich mal knapp schafft, ich habe damals nur noch ein HP Der Pferdekulose, kopflose Reiter Mann, damit... Mach mal, dann... Der hat mir durchs Glas weggesnipert Will ja mich verarschen Ich bin mir da weglaufen Ja, also das ist nicht unser Problem schon Verdammt! Ich weiß ja nicht, aber ich habe irgendwie keine so gute Idee, Quickskopen, ne? Äh, ne, No-Skopen Obwohl Ich darf nicht einfach weglaufen Da ist der Power Shark draufgegangen Ich lege jetzt die ganze Zeit drauf Was ist? Ich weiß nicht, dass jemand von euch... Dass jemand von euch sucht, dass die Leuchtbistole für den Führer doppelt Nein Weil die hätte ich... Nein Weil dann wäre ich... Wenn ich meinen Führer perfekt ausgerüstet würde Und ich habe euch schon hier zugefallen und dann habe ich meine... Ein Medic! Aha Oh, scheiße, du heilig. Du kriegst jetzt gleich die doppelte Heilung. Okay. Du musst den einen da erst finden. Oh! Keine Sorge, du wirst doppelt geheilt. Mein Gott, aber ich nicht. Muss er nicht wieder geheilt werden. Ja, ich kann mich ja selbst freuen. Super, ich habe jetzt die Max-Alle-Armee-Größe. Mach mal, mach mal. Das hat die Max-Alle-Armee-Größe, das ist doch sogar. Ne, wirklich, ich habe auch ganz wenig Geld. Oh, oh Gott. Oh Gott. Jawohl, ich habe eine Überladung. Hammerleis. Hast du schonmal einen Scouts-Übertauschen? Habst du ja damit drei Filz gemacht? Da besteht man nämlich nicht. Kennerda sagt Bescheid, wenn du eine Überladung brauchst. Ja, momentan nicht. Medic überladet, Medic überladet, Medic überladet. Keine Sorge, Kennerda. Ich wollte gerade sagen, pass auf dich auf, dass du mich hier nicht wegschirfst. Das habe ich gesehen. Äh, äh, ja. Äh, ich bin hinter dir, Power Shark. Geh weg, da ist ein Sniper. Mein Gott, ich finde schon wieder was tot. Toll, ich bin noch nicht mal auf der Welt, die soll nicht mal halb die Messplaten geladen. Alter, der Messplaten soll nicht mehr so immer so eh. Kann mich gerade mal an dir voll. Okay. Ja, aber ich brauche Nachschub-Munition. Was ist denn Nachschub? Du brauchst den Führer. Du brauchst den Führer. Du brauchst den Führer. Mach es mal, ich könnte auch... ...Engineer stirbt. Ah! Ja, mach das doch. Ich habe das für den Führer. Ich tue mich einfach mal hinter dich. Ja, mach das. So, hast du für den Engineer eigentlich den Bisschenmacher? Was? Hast du für den Engineer eigentlich den Bisschenmacher? Nein, habe ich nicht. Das ist keine Muni mehr, oder? Keine Muni mehr, komm an doch zurück. Ich... Ich... Brauchst du zufälligerweise gerade in der Überladung? Oh Gott. Bin tot. Ah! Hilfe! Ne, ich bin gerade nicht. Ähm... Ausrüstung ändern. Ich brauche nicht das Sandwich, das der Jeffron hat. Ich brauche die Schottwee. So. Und dann komme ich wieder. So, und da ist er. Warte mal, ich muss ganz noch was gucken. Hm. Ja? Daniel, Frage. Neue, ähm... Weihnachts-Event. Aufnahme. Äh... Nein, passt schon. Ah, wo bist du? Da. Wo du nicht bist. Rückzug, 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 rückzug. Heile dich! Bist doch du, ja. Ja. Da oben ist ein Sniper, ich muss direkt gleich wieder als Sniper gehen. Oh Gott, der kill mich! AHAHAHAHAHAAA. Ich brauche mich in die Überladung. Ich brauche momentan gar nichts. So du bist auf deinem AP. So, was willst du für eine Platte? Die, die du nicht spielst, Stefan. vor um die Begriffe aber dann werden auch hier kann man den anderen so und den so einen Munition warum und auch nicht hier an der Warte ich muss eh kurz mal als Sniper gehen oder jemanden wegsneiden müssen fünf Minuten weg viel Spaß zu den übernommen und das ist ein paar aber eines bisher gar nicht so stark so viel Spaß mit der Anschubigkeit und weil er sich jetzt eine unendliche Überladung durch einen Bug ist doch geil also ich hab ne Daniel, ich hab ne unendliche Überladung das hab ich auch schon gesehen ah ich find das in Minecraft-Maps scheiße durch das Pack hat man unendliche Überladung kann ich dir nicht sagen ist ja auch geil oh, das bist ja gar nicht du, wo bist du? ich bin beim Snip-Fahren ja, du hast ja auch nicht, nein, ich werde schon die Flensinformation nennen die damit verstehe ich mich nicht ey, ne, du müsstest jetzt eigentlich unsterblich sein hallo ihr Idioten hallo geile Mutter auf dem Körper ich höre gar nicht, ich hab ne unendliche Überladung so, wo bist du? haaa 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 wer kann alles so zum blauen Schem, und dann ja oh 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 niemand naa auf jeden Fall irgendwen heilen, dann bin ich nämlich unsterblich die Sniper aaa aaa oberladen verdammt der Freund, wo bist du? ich bin tot, ich muss gerade immer wieder dich geflammt werfaat dieser geflammt werfaat dieser geflammt werfaat hama nice und bei euch schon sauer hab ich wieder diese unendliche Überladung bekomm bei 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 aaa zu viele alter ich bin andere klasse da bei floren hallo oa abgabe eine geschriebene und jetzt aber jetzt haben sie darauf geachtet und muss er kennen wir können nicht mehr auf den schritt im selben im zimmer wer wollen unendliche überladungen und wenn sie überladen aber das was schreibe ich mal und im wettbewerb aber nicht von mir ich muss mich an die glasplatte ich bin jetzt ein paar witz wenn man da steht ein pfeiler genau vor unserer tür ach nee wie hat der mich bitteschön gesnipet das ist doch scheiße oja der eine sniper da der ist ja richtig scheiße den ihr habt scheißfrau mein gott ich will es noch nicht fallen jetzt habe ich den richtigen aber kann doch mal den rutschleifern hat er sonst nicht so gut zu tun ja ich bin hier mal weg eh kenne da danke du bist jetzt mein persönlicher farm bot ja bitteschön mein punkte farm bot Ah, da hat einer den Huntsman und ich bin so ein schlechter Schütter. Ich bin ja sowas von schlecht, ich hab trotzdem vorbei geschossen. Achso, du bist ein Schnalper. Ihr habt mich weiter mit dem Huntsman. Ah, ich gehe in Flammen. Ich gehe in Flammen, oh, witzig. Ah, 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 ah. Ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Warum hat jetzt meine Überladung aufgehört? Weiß ich nicht. Ich habe einen Knatter wieder geschossen. Dreck. Egal, ich halte meine Überladung an die Mama habe. Voll. Alter. Hunde, hunde, hunde. Haha. So. mega heilen Alter ich hab 100 Truppen mit diesem Kampf verloren du armer Alter für einen normalen Angriff verliere ich höchstens nur 50 jetzt bin ich nicht mehr unständlich ich wollte dominieren jetzt rauf ein zum heilen aha boah da weist der mir aus so ein Spack ah kein Bock mehr ich geh jetzt schnippern mach das hier kommt ein Türo entgegen boah wo sind meine Spitzhacken-Typies BAM 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 weiß einer wo meine Spitzhacken-Typies sind ja man los go den Blatt hab ich jetzt schon zu zweit mal gekriegt war hoffentlich niemand in uns doch auf eurer Seite aber ich war es nicht nee irgendwie okay schon wieder springe ich nicht irgendwo von der Kopf drin ach das gibt's doch nicht ich hab den auch erwischt Power Shark was hast du denn Duser gemacht? wie man das denn durchhält ja 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 ja